Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fallout 4 Folge zusammen mit Ada Ada. So, wir haben das Krankenhaus ansetzt gemacht. So, äh, wir wollen jetzt, jetzt waren wir ja da, hier unten wollen wir immer noch hin, ne? Zum Sendetor. Da waren ja auch noch Gegner, ne? Da, ein Sint! Nicht getroffen. In die Hüfte. So. So. Sopscht. Eine Nachricht von Voidtech. Stell das Radio auf den Funkstrahl. Das ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in drei Sekunden... Notfall-Notfall-Signal aus Vault 88. Authentifizierungscode im Pisch. Vault 88 Notfalleinstufung. Warten zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tag-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll IT-76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Wo ist eine Vault? Da. Die ist aber weit weg. Ja, ja. Drücken wir mal den falschen Knopf. Das ist ja so weit weg. Mit Ziel agiert automatisch... Okay, was ist das für eine Pistole? Neue Knarre, neue Knarre, neue Knarre. Die schießt mit Schrot. Achso, mit Schrot. Hier. Aber die ist ja, glaube ich, sogar noch besser, oder? Als unsere jetzige. Warte mal. Unsere hieß... Lasergewehr. Ne. Unsere hieß... Da. Das ist genauso stark. Aber weniger Reichweite. Weniger Präzision. Warte, untersuchen. Wir haben Beta-Wellen, Tuna, verlängerter Lauf, dill, 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 dill. Aha. Schon wieder falschen Knopf gedrückt. So, und die? Photonaggregator, verlängerter Lauf, dill, 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 dill. Ah. Ich glaube, wir nehmen die, oder? Favorit Da Ah Ich bin es halt gewohnt Die Dingsentaste zu drücken Madland Center Was haben wir hier denn jetzt schon wieder? Ja dann gehen wir da mal rein Ach ja Ich bin immer noch komplett verschleimt Also nicht komplett aber Ich merke das richtig Schwein ist auch krank Oder wird rumgeballert Jawohl Und vor allem Die haben auch richtig viel Muni Richtig viel Munition Also im Magazin Von der anderen Seite Fusionszellen Ich weiß nicht wer für diese Schweinerei verantwortlich ist Der Zugfahrt Racken Sind die dann gleichwertig Hier mit Mit Mr. Handy und so Ja Der Dicken Trudel Alles gut Da Das ist noch einer Oh das ist Legendary gewonnen Quit Boom In den Arm Einfach Legendary Ada hast du das gesehen? Ada Ada Okay das war vorher die Raider Station Was war das? Irgendwas mit Emily Irgendwas mit Emily 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 Oh das ist Schrott ABCD Ah ne Ach Emalien Achso Nein Mal Warte Der Zug fährt jetzt ein Der Zug fährt jetzt ein Weg Hervorragend Weg Hervorragend Ich weiß nicht was ich mit den ganzen Klamaten soll Aber ich nehm es einfach mit Ich nehm es einfach mit Was auch immer es war Vieles nicht mehr davon übrig Alles gut Komm mit Ada 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 Bewertung Sie müssen sterben Bewertung Sie müssen sterben Oh Hier ist noch ne Tür Tick nah links Was ist los Was haben wir hier? Schmutziges Wasser Nahrungsla- Okay Inventar-Update Im Moment haben wir einen ordentlichen Vorrat an Lebensmittelkonserven Der letzte Karawanenüberfall hat sich gelohnt Der Wasservorrat ist auch gut Und ein paar Wets werden schon niemanden schaden Wie üblich sind Bier und Schnaps knapp Ich habe alle davon überzeugen können Sich beim Feiern zurückzuhalten Damit wir den klaren Schnaps für medizinische Zwecke verwenden können Ja Der nervt Wenn das nächste Mal jemand eine Kugel abbekommt Oder ein Arm oder Bein abgenommen werden muss Brauner Schnaps ist noch freigegeben Achso Deswegen sollen sie Achso Wegen Arm und Bein Okay Also hat sich niemand wirklich beschwert Ich muss sagen Wir haben es uns hier unten ganz gut eingerichtet Ist auf jeden Fall besser als Von diesen Irren in Sauguss zu Tode gerüstet zu werden Das steht mal fest Solange niemand unsere fiesen grünen Nachbarn im West Everwood verärgert Können wir es hier unten aushalten Gut Äh Gaus 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 Was Und haben die Raider ausgeschaltet Ich glaube durch meine Rüstung werde ich jetzt aber nicht mehr so leicht und so oft sterben wie sonst Wahrscheinlich werde ich schon langs tot ohne meine Rüstung hier Legende Rechtes Bein erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10% Aber ist halt Raider Rüstung ne Jetzt können wir auch übrigens beim Flugzeug Ähm das eine Ding da knacken ne Fährt mal gerade ein Weil beim Flugzeug War ja noch dieses Meister Eingesperrtes Dön Kamera Hey Er betatscht mich Hallo Ich bin eine Frau Ich bin Ben Oh Mann Cool Cool Okay aber die haben sich selber bekriegt War Ein Afer Ich war da hässlich Er war so hässlich wie deine Boller So das ist ja nur das Terminal für den Ding Scannt Ah direkt Abschalten Aber den kann man auch hier ran abschalten Brauchst du nur einen abschalten ne Hier war einfach ne Falle Aber mein wachsames Auge hat dann alles gesehen Ah diese Ansage Geh uns weg Anna 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 Bist du sauer auf mich Daddy Daddy warum bist du sauer auf mich Daddy Hallo Daddy warum bist du sauer auf mich Einfach ne Mine im Kühlschrank Alter hast du das gesehen Ich bin auch traurig Daddy Hör mich angeschrien Daddy Alter wir haben 400 Schuss Seh ich gerade Ey ich hab nie vor niemandem Nichts Angst aktivität wir sind richtig stark finde ich ja auch eine echt gute waffe gefunden muss ich sagen ich guck mal was er kann der hat ja direkt pupen gemacht ich wollte nur gucken was er kann laser gewirr warum sind die auf einer so überall fallen drüben noch meinen entzug rein darf ich mal an ihren fünf euro mal ohne ich hab tatsächlich habe ich sogar so ein masturbator genau so ein da habe ich so eine werbung gesehen und dann hat mich diese werbung gekickt und dann musste ich einfach so ein masturbator holen und der wache der schild mir die gorke du dann müssen wir mit aufzug an haben wir geht es ja anscheinend nicht eigentlich muss es auch treppen hoch geben der so oben oder bewegung entdeckt er werft die waffe hier einfach hin oder ist hier um die treppe er kam daher ich sagte du die spawnen hier einfach durch die wände also weg aber aber nach unten nach oben was für ein schock ich war auch richtig schlecht abschießen muss aber da da von den krieger auch richtig viel munition für die wache wir sind schon bei 500 und deswegen geht man auch in solchen räumen damit man schön die fusionskerne kriegt sind schon bei 16 aus dem schwein alle tut tut das ist ja noch ein anderer weg gewesen nicht hmm Hm hm hmhm hm 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 hm. Hm? Hallo? Und wir kriegen sich. Das war eine Anführung. Hallo! Wo ist er da? Ja, Rainer! Wir waren Kameraden! Helderskelter. Wer ist ein Helderskelter? Reparieren. Operatursatz, okay? Psst! Psst! Boom! Vielleicht hätte ich den mal ein bisschen erst mal bekriegen lassen sollen, oder? Wie viele Reparatursätze habe ich denn? So, was hast du? Müll. Und schon. Der Anführer. Okay, der hat Sündrüstung. Ob Sündrüstung besser ist als die Metallrüstung? Bestimmt, oder? Am Anfang war es ja Leder, dann Raider, dann Gunner. Die Sündrüstung ist bestimmt die beste Rüstung. Also jetzt nicht die beste, beste, aber die beste Reh. Rehmeh. Was hast du denn für ein Riesenschädel hier? Brotkasten! Für Brotkasten! Oh! Perfekt! Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Schön! Wahrscheinlich ist dann die Links-Rechts-Spannung, wo ich mit der Nadel immer so lang muss. Einfacher. Genau. Also mehr Spielraum dann. Hallo! Hab ja genug Munition, nö. Also auf Waffenfreak würde ich echt gerne gehen. Damit ich auch die Waffe hier verbessern kann. Okay. Der hatte nix besonderes. Metallrüstung. Ich glaub der Anführer war der beste, wa? Das war der Turm hier, ne? Ne. Gebt doch alles her. Ich loote alles her. Auch das Spielzeug-Auto, das ist mein. Und nicht dein. Warum hat die grad nicht gezündet? Die hat doch zünden müssen. Oh yeah! Mach dich nackig! Für den Daddy! Ja. 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 Der Tote! Der Mülleimer ist leer... Was ist das denn, Schleich?! Grafikfehler, piep, bah, bup! Grafikfehler, piep, piep, piep! Ist so hell. Könnt man die kaputt schießen? Was ist das? Nix. Ah, was ist los, Alter? Piep, 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 piep Busch. Daddy, Daddy. Wo komme ich jetzt hin? Nach oben wieder. Ist das denn jetzt abgeschlossen? Ja. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Kette. Oh, das war eine goldene Flasche. Aha, und wo geht der auszukennen? Äh, nirgendwo mehr. Und jetzt kraft der Räune also. Gut. Das war das. Haben wir gemeistert. Erfolgreich. Hier ist noch einer. So. Dann geh ich mal raus. Aus meiner Rüstung. Und dann gucken wir mal. Was haben wir denn schönes? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Sündrüstung besser ist, oder? Leder, 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 Wader. 9,9. Oben rechts. Also 9,9 ist besser als 11,6. Weil das sind nur 17. Und das sind 18. Also. Die Raider-Rüstung ist hier. Also dann ist aber die Raider-Rüstung schon wieder besser. 9,9. Ich nehm die. Die auch. Die Kampfrüstung. Die hat 9,9. Aber die hat halt mit Taschen. Das ist eigentlich egal. Unten links. Guck mal, die hat 11,6. Also 17. Und die hat halt 9,9. Also. Und das ist ne Kampfrüstung. Mit Taschen. So. 9,9. Gleichbau. Unten rechts. Die hat 17. Ja. Ja, okay. Also gegen die kommt ja keiner ran, ne? Die hat ja 30. Obwohl. Das hab ich ja selber ran gemacht, ne? Die 10 Rad, glaub ich. Da. Sind. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Da. Guck mal, die hat nichts. Und die hat einfach komplett direkt besser. Boom. Ob ich noch ne, sind's? Ah, die hat nur 4,4. Das ist richtig schlecht. Die hab ich schon. Da. Da. Ja, müssen halt verbessert werden. Also da müssen halt Werte drauf, ne? Das wär jetzt, äh, rechter Arm. Die hat 17. Und die hat 21, aber die ist auch verbessert. Aber ich denk mal, wenn man die hier verbessert, dann schisch, oder? Wo war denn die neue Brille, die ich hab? Was ist denn die Brille? Ich hatte doch... Motorradbrille. Welche hab ich jetzt? Halstuch? Da, die Sonnenbrille. Mit einer Wahrnehmung. Aber Intelligenz nehme ich doch viel lieber. Sieh ich aus? Oh yeah. Ja gut. Ah ja, jetzt bin ich ja wieder schachmatt. Würde ich sagen, nächste Folge. Vielleicht kommen wir nächste Folge endlich beim Turm an. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, guck mal, hier liegen noch Bierflaschen. Das hier müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erhöhen. Dieses Player auf, keine Ahnung, 20.000 oder so. Weil ich würde doch gerne lieber alles mitnehmen. Und dann... Ich bin sehr ruhig hier. Das hilft. Und dann nämlich, wenn wir irgendwie eine Farm finden, dass wir da immer die Grundsachen hinbauen können. Ich weiß gar nicht, was das bringt, so viele Leute zu haben. Achso, klar, doch. Ich glaube, wenn wir ja mit der Leuchtpistole schießen, kommen die ja zu Hilfe, ne? Die haben wir ja auch noch, die Leuchtpistole. Ich würde ihn gerne in die Eier schießen. Nur so ein bisschen. Warte. Warte. Ihhh. Er hat seine Tage. Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Ich speicher jetzt ab. Dopp. Haben wir ja geschafft. Alles geklärt. Alles gemacht. Alles getan. Wir sehen uns morgen. Tschüss! Strahlungswolken, Gift in der Luft, Mutanten lauern mit ihrem leuchtend roten Blick. Ich suche nach Antworten in dieser Welt so ungerecht. Aber ich werde die Hoffnung nicht verlieren. Ich bin ein Tresorbewohner mit Flair. Im Ödland, ich wandere. Mit einem Lied in meinem Herzen, Räuber abwehren. Diese Welt auseinanderreißen. Im Ödland, ich stehe mit erhobenem Kopf bei jedem Kampf. Ich werde überleben, ich werde mich nie verabschieden. Tschüss!